Es sind ja Missbrauchsvorfälle gegen Till Lindemann von Rammstein laut geworden. Was sagen Sie denn dazu? Ich glaube, das muss man sehr ernst nehmen. Ich finde, dass die Äußerungen der Frauen, der Betroffenen, sehr glaubwürdig sind. Ich habe auch das Video von der Kaila Schicks als sehr eindrucksvoll erachtet. Und ich wünsche mir, dass das rasch aufgeklärt wird und dass die ganze Musikbranche und darüber hinaus eigentlich alle Branchen, die solche Probleme haben. Und ja, ist natürlich klar, dass das in der Musikbranche ist, aber auch in der Filmbranche und so weiter, dass wir da Lernen daraus ziehen können. Sind ja zwei Konzerte angesetzt in Wien von Rammstein. Finden Sie, sollten diese stattfinden noch oder eher nicht? Mir fehlt daweil die rechtliche Grundlage, auf welcher diese Konzerte abgesagt werden sollten. Das sehe ich daweil nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Es gilt eine Unschuldsvermutung, auch für den Herrn Lindemann. Wenn ein Veranstalter sagt, ich möchte nicht mehr mit der Band zusammenarbeiten, dann ist das legitim und auch rechtens. Dann können sie zurückziehen. Aber dass die Politik jetzt sagt, welche Konzerte stattfinden sollen und welche nicht, das finde ich bedenklich und ein bisschen gefährlich auch. Sie haben ja doch bei Pro und Contra geäußert, dass es eine Message wäre, wenn einfach alle zusammen nicht hingehen würden. Ich fände, das wäre die beste Message. Weil eins ist fix. Der Herr Lindemann hat offensichtlich ein massives Problem mit meinem eigenen Ego. Und ich denke, dass die größte Strafe für ihn wäre, wenn einfach das Stadion halb leer wäre. Das würde sitzen. Und das wäre von der Gesellschaft her natürlich auch ein gutes Statement, wie man sich positioniert. Und zwar an der Seite von potenziellen, also mutmaßlichen, den Opfern einfach. Finden Sie, bräuchten solche Konzerte ein besseres Sicherheitskonzept oder mehr Securities? Ich glaube, unsere Gesellschaft braucht mehr Sicherheitskonzept im Sinne von, dass wir nicht bei Veranstaltungen eigene Safe Spaces brauchen, um die Frauen zu schützen. Also das ist wirklich eine ganz, ganz fürchterliche Vorstellung. Wir müssen den Frauen in unserer Gesellschaft einen sicheren Ort bieten und nicht in einem abgetrennten Bereich bei Konzerten, weil sich die Männer nicht im Griff haben. Also ich fände es ganz wichtig, dass das Verhalten der Männer, dass wir unseren Kindern den heranwachsenden Anstand und Respekt und würdevolles Verhalten im zwischenmenschlichen Gefüge beibringen. Das fände ich wichtig. Awareness Teams, gut und schön, kann man machen, ist legitim, gibt es bei Fußballmatches genauso, dass man ein sicheres Feiern ermöglicht. Das ist unbestritten. Aber wenn ich anfange, dass ich überall, wo potenziell was passieren könnte, Safe Spaces errichte, dann brauche ich es letzten Endes überall. Dann brauche ich es in der U-Bahn, dann brauche ich es in der Einkaufsstraße, brauche ich auch Safe Spaces. Außerdem ist es ein Abschieben der Verantwortung auf die Frau und nicht quasi Frauen, ihr könnt euch da schützen. Ich glaube, wir müssen mal bei den Männern ansetzen. Ist es eigentlich so ein Klischee als Musiker, dass man da Frauen mit hinter die Bühne nimmt? Es ist natürlich ein althergebrachtes Klischee. Es werden auch immer die Rolling Stones genannt und so weiter. Und dass dem immer schon so war, das heißt aber nicht, dass es okay ist. Was ich okay finde, ist, wenn sich zwei erwachsene Menschen dazu entscheiden, gemeinsam zu schlafen. Das ist eine ziemlich normale Sache, finde ich. Das, was ich nicht okay finde, sind Machtgefälle, die ausgenutzt werden. Und ich glaube, das finden viele nicht okay.